Werder Bremen konnte mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg bei Mainz 05 den ersten Sieg in der laufenden Bundessiegersaison einfahren und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Grundsätzlich haben beide Mannschaften relativ ähnlich agiert aus ihrem 5-2-3 System heraus. Hier haben wir erstmal Bremen im Ballbesitz, die haben in einem 4-2 aufgebaut, also Weißer ist auf der rechten Seite meistens vorgeschoben, Agu ist tief geblieben links und im Mittelfeld hattest du dann 2 Mann mit Stay und Linen, Mainz hingegen hat es über das komplette Feld Mann gegen Mann verteidigt, sieht man hier auf jeden Fall ganz gut, sind auch hoch angelaufen. Ansonsten hat sich mal ein Schmied etwas tiefer fallen lassen, um Bremen im Aufbau im Zentrum zu unterstützen, um da eine Überzahl zu kreieren, was so aber relativ schwierig umzusetzen war, da auch er dann von seinem Gegenspieler verfolgt wurde, in dem Fall dem linken Innenverteidiger Leitsch, also Mainz war da auf jeden Fall mit einem starken Mannbezug am Start. Tiefer wurde es auf Mainzer Seite dann ein 5-2-3 bzw. 5-4-1, je nachdem wo Bremen den Ball hatte, meistens hatte man schon auch noch Druck auf den Ball, ist relativ aktiv angelaufen. Bremen hingegen hat dann beide Schienenspieler hochgeschoben, hatte dementsprechend hinten eine Dreierkette, Linen davor also einen klaren 3-1-Aufbau und viele Spieler in der letzten Linie, die sich dann aber immer wieder situativ fallen lassen haben, um den Ball zu erhalten. Auch wenn man da durchaus seine Probleme hatte, sich dann letztendlich Chancen herauszuspielen, wie gesagt, meistens ist Mainz auch viel höher angelaufen und dann war es dementsprechend schwierig, überhaupt erst Lösungen zu finden, um nach vorne ins letzte Drittel zu kommen. Zu den seltenen Fällen, in denen das geklappt hat, kommen wir gleich noch bei den Toren, aber zunächst mal, Bremen hat es gegen den Ball relativ ähnlich gemacht, auch da war es natürlich die Fünferkette, das 5-3-2 bzw. so ein Hybrid aus 5-3-2, 5-2-3 und dabei ist man es auch Mann gegen Mann angegangen, allerdings nicht ganz so hoch und nicht ganz so aktiv wie die Mainzer, die natürlich auch für Pressing bekannt sind. Dennoch hat man das in den meisten Fällen relativ gut zugestellt. Wir sehen hier auch die Innenverteidiger, in dem Fall der Linke mit Jung, verteidigen ebenfalls aktiv nach vorne. Auf der Mainzer Seite haben wir den 3-2-Aufbau, die Schienenspieler in der Breite und vorne eben die Dreierreihe, in der sich die Halbraumspieler auch immer wieder fallen ließen. Bei Bremen wurde es dann auch eher mal ein Mittelfeldpressing, wie hier im 5-3-2 steht man dann relativ kompakt, schließt die Anspielstationen für die Mainzer. So hat sich wie hier zum Beispiel auch Amiri relativ häufig tiefer fallen lassen in die erste Aufbaulinie, damit man da einfach Lösungen gesucht hat. Gefunden hat man sie nicht so wirklich, denn Mainz hatte jetzt nicht unbedingt die gefährlichsten Aktionen nach vorne. Generell haben sich beide Mannschaften schon so ein bisschen neutralisiert. Die haben die Systeme gespiegelt. Natürlich spielen sie ihr gewohntes System. Dennoch war das eine Spiegelung und daher war es nicht ganz so komplex, das gegnerische System zu verteidigen. Deshalb ging es in dem Spiel vor allem darum, spielerische Lösungen zu finden, um den Gegner mal zu überspielen und dann auch zu Torchancen zu kommen. Und genau das ist den Bremern in den einzelnen Situationen dann doch besser gelungen, weshalb ich denke, dass der Sieg verdient war. Wir kommen später noch zum näheren Spielverlauf. Aber um das mal zu verdeutlichen, ein paar Spielszenen. Zum Beispiel hat man immer wieder versucht, das Spiel über links aufzubauen mit Jung und dann eben diagonal in den Druck hineinzuspielen. Das sieht man hier zum Beispiel. Und man hatte einfach klare Muster, die man immer wieder wiederholt hat und versucht hat, sich so erfolgreich nach vorne zu spielen. Geklappt hat das nicht immer. Da waren schon auch unsaubere Aktionen dabei und da war nicht wirklich alles sehr gut. Die Mainzer haben natürlich auch einen guten Druck immer wieder auf den Ball gehabt. Muss man auch an der Stelle erwähnen. Dennoch hat man es das ein oder andere Mal geschafft, sich Chancen herauszuspielen über wirklich gute Kombinationen. Hier hatte ich jetzt ein paar Beispiele, wie man es über links aufbaut mit Jung und dann diagonal reinspielt. Hatte man hin und wieder auch über rechts. Das war nicht ganz so erfolgreich. Aber jetzt betrachten wir mal die Tore, denn die waren wirklich sehr gut herausgespielt. Vor allem das 1 zu 0, das schon in der fünften Minute entstanden ist zumindest. Und dann das Spiel durch die frühe Führung ja auch schon gewissermaßen in eine Richtung gelenkt hat. Da ist es als Ausgangspunkt tatsächlich ein Einwurf von Weißer. Stay zieht da seinen Gegenspieler gut mit, bewegt sich aus dem Raum raus, in den Weißer dann hineinwirft auf Dux. Und generell durch den Mannbezug von Mainz konnte man sie gut manipulieren und den direkten Gegenspieler aus dem Raum wegziehen. In dem Fall kommt dann der Einwurf auf Dux. Der leitet weiter auf Schmid in den freien Raum, in den er hinein startet, dementsprechend vor seinen Gegenspielern dort ist. Dann wiederum verteidigen sowohl der vorherige Gegenspieler von Dux als auch von Schmid beide Schmid. Dementsprechend ist Dux frei auf der Außenbahn, kann da in den freien Raum einstarten, der eben dort ist, weil der linke Schienenspieler vorgeschoben hat, auf Weißer. Schmid macht es dann auch klug, treibt den Ball erstmal von dieser Position weg ins Zentrum hinein. Sieht dann eben Außen Dux, der dort frei ist, wie gesagt in den freien Raum, weil der linke Schienenspieler im Vene hochgeschoben ist und auch die anderen beiden ihn nicht aufgenommen haben. Er hält dann den Pass auf Außen, spielt wieder zurück ins Zentrum auf Schmid. Tatsächlich macht aber Weißer parallel einen sehr guten Lauf, den Schmid sofort erkennt und dann den Pass auch direkt weiterleitet in dessen Lauf. Weißer kommt dann in die Schussposition, zieht ab. Zentner kann zunächst parieren, aber schauen wir hier mal das Bild an. Das ist wirklich eine sehr gute Boxbesetzung. Du hast hier drei Spieler im Strafraum, Stay kommt von hinten und daher ist es auch kein Zufall, dass man zweimal den Abpraller bekommt, beziehungsweise sogar dreimal. Der erste landet bei Stay, der zweite Abpraller landet dann bei Linen, der gar nicht mal auf diesem Bild drauf ist, aber auch noch von hinten kommt. Und der letzte Abpraller landet dann bei Nginma, der den Elfmeter gegen Core herausholt. Mainz kam dann allerdings dennoch zum Ausgleich. Da ist es eine Halbfeldflanke vorne rein, etc. Erobert sich den Ball eigentlich, fliegt dann aber überstark drüber. Dementsprechend sein Fehler, dass er den aufnehmen will und nicht wegfaustet. Aber auf jeden Fall, egal wie man es jetzt sieht, ein Geschenk für die Mainzer, weil das nicht wirklich gut herausgespielt war. Und ansonsten hatte man zwar seine Chancen hin und wieder, auch über Flanken und so weiter. Oder nach Ballgewinnen durch ihr Pressing. Aber ansonsten haben da, wie ich finde, die spielerischen Mittel gefehlt, um dann auch Lösungen zu finden. Du hattest einen Amiri im Zentrum, der hat sich aber immer wieder sehr tief fallen lassen in die erste Aufbaulinie. Hat dann dementsprechend vorne gefehlt. Da hattest du zwar ganz gute Spieler, aber in der Kreativität hat es da an dem Tag schon so ein bisschen gemangelt. Da merkt man vielleicht mal auch so ein bisschen den Abgang von einem Crew da. Denn die Bremer haben es dann auch grundsolide verteidigt und Mainz hatte dann nicht unbedingt die Mittel, um das zu bezwingen. Allerdings kam dann halt der Platzverweis, die rote Karte für Friedl. Und Bremen hat dementsprechend auch reagiert. Hat gewechselt, sodass man die Fünferkette hinten beibehalten konnte. Hat dann ein 5-3-1 gespielt, aber mit den Halbraumspielern im Mittelfeld dennoch immer wieder Druck vorne drauf bekommen. Zumindest so viel wie nötig. Ganz so alt konnte man es natürlich nicht machen. Aber man hat sich auf jeden Fall im Spiel gehalten. Die Möglichkeit am Leben gehalten, sogar selbst nochmal gefährlich zu werden. Und dann auch den Sieg einzufahren. Und genau das ist einem ja auch gelungen. Wir sehen hier zum Beispiel wieder, Mainz findet nicht die Lösung. Amiri lässt sich wieder fallen. Und genau in dieser Szene, als sie es nach vorne spielen, verlieren sie den Ball. Bremen löst es dann zunächst auch gut auf engem Raum. Da wirkt noch das Mainzer Gegenpressing. Aber man spielt es aus. Schmied bekommt hier den Ball, spielt den Doppelpass mit Stay, startet in den freien Raum. Und dann ist es so, dass Kor völlig unnötig rausverteidigt, Druck auf Schmied ausübt. Dementsprechend den Raum hinter sich komplett aufmacht für einen Köhn, der da mit seinem Tempo hinein starten kann. Schmied geht einfach an Kor vorbei, treibt dann den Ball weiter nach vorne, spielt ihn dann kurz vor dem 16er raus. Guter Pass auf Köhn, der dann eben das 2 zu 1 für die Bremer erzielt. In Unterzahl. Wirklich nochmal gut herausgespielt in der Umschaltsituation. Und dementsprechend den Grundstein für den Sieg gelegt, den man dann aber noch über die Zeit bringen musste. Man hat es dann wie hier, ich habe es gerade schon gesagt, im 5-3-1 verteidigt. Hat es aber auch gut gemacht. Mainz hat fast keine Chancen mehr herausgespielt. Klar, noch die eine von Sieb war sehr gut. Ansonsten über Ecken war man noch gefährlich, auch noch vor der roten Karte. Aber das war einfach zu wenig von Mainz. Das war so ein bisschen ein Offenbarungsei, dass ihnen doch so ein bisschen die Kreativität fehlt. Und sie nicht alles über die reine Intensität lösen können. Beziehungsweise ich würde es jetzt nicht an der fehlenden Kreativität festsetzen. Da hat man gerade gegen Ende der Transferphase schon nochmal was Gutes reingeholt an Spielern. Aber ich würde eher sagen, dass da so ein bisschen die Spielprinzipien fehlen. Was man mit Ball überhaupt machen will. So klare Muster, die ich eben bei Bremen erkannt habe. Auch wenn sie nicht immer gut ausgespielt waren. Aber hin und wieder greift das nun mal. Genauso wie bei den Toren von Bremen geschehen. Und deshalb würde ich sagen, Bremen hier der verdiente Sieger. Auch wenn es ein relativ ausgeglichenes Spiel war. Das soweit meine Analyse zum Sonntagsspiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu oder eure Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und tschau!